Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 3. Ja, jetzt am Anfang lag das ein wenig, aber jetzt sind die FPS auf 50 hoch. Das freut mich sehr. Ja, heute spielen wir Battlefield 3 im Multiplayer, logischerweise. Was machst du, Affe, eigentlich? Und ja, ich bin ein ziemlicher Noob, ehrlich gesagt. Bin ich überhaupt? Ich werde nicht mehr auf dem Dings angezeigt. Oh, da unten. Fuh. Ja. Swiss Inf Bart. Hey, ist wahrscheinlich auch ein schwarzer Noob, der 10.000 Mal nachlägt. Ach, der hat ein Schrot hier, dann. Ähm. Wollen wir dem spawnen, oder? Ne, wir spawnen dem da. Gut. Ich spiel mit der Farmers. Weil die zieht ganz gut. Springt ja nicht hoch. Passt schon. Macht Platz. Da sterben die Leute rein, weiß ich. Ja, deck dich nicht. Ist okay. Passt schon. Lo, 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 lo. Deckung. Laden, laden, laden. Wo ist dieser scheiß scharfste Schütze? Puh, alter. Puh, der steckt mir hier fest. Oh, oh. Ähm. Ich würd' sagen, rennen. Ja. Ja. Der kämpft da in der Ecke. War der Typ, ach, der Typ in der Ecke ist genauso wie der krepiert. Hoffe ich mal. Äh, hab ich hierfür irgendwelche Aufsätze? Schwere Lauf, Tagline, ne, ich lass das drauf. Und das Visier. Oh, ich hab ein Reflexvisier. Cool. Ähm, spawnen wir den nicht. Sag mal her. Ja, das ist viel geiler. Weil mit der Farmers spielt man eigentlich nicht, äh, Sniper-mäßig. Mit, äh, muss man ein bisschen draufhalten. Weil die ist im Nahkampf relativ effektiv. Äh, sorry, die Aussprache ist noch. Früh am Morgen. No, auf der Map ist hier gerade einer durchgerannt. Und, ja, deshalb kann es sein, dass ich mich ab und zu mal verspreche. Oder, dass ich noch ein bisschen tot klinge. Ja, ein Defi. Kann ich hier drüber springen? Nein, kann ich nicht. Wieso auch? Sind hier keine Kartonschachteln oder so. Also, hier irgendwo gibt's ein Gefecht. So. Komm. Boom. Das ist krumpst. Puh. Kill. Ach, das ist von mir. Der hat dann macht Platz. Nee, keine PP. Deckung. Schieß, 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 hab keine Muni. Das kriegt nix im Magazin noch nicht. Wo sind denn die? Fuh, es laggt. Hä? Hä? Ja. Oh, fu, 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 fu. Fick dich. Ähm, ja. Das ist hier, glaube ich, Rush. Der Spielmodus. Ja, der ist im Arsch von der kühlen Welt. What? Die haben gleich einen Punkt. Das finde ich cool, man kommt hier durch alle Zäune durch. So. Ihr könnt mich übrigens auch adden, wenn ihr wollt, in Origin. Ähm, meine Namen. Seht ihr nicht. Fuh, fu, 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 fu. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen anständig. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, noch eine Testaufnahme zu machen. Ansonsten würde ich das nämlich nochmal neu machen. Oh, Heli, 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 Heli. Ja, dreh ein bisschen ab, dreh ein bisschen ab, dreh ein bisschen ab, damit ich draufhalten kann. Dreh ab, damit wir ballern können. Junge, dreh. Dreh nicht. Geht doch. Lande, wenn's geht. Ja. Little Bird. Wir hätten zwar auch einen gehabt, aber die Typen, glaub ich. Ich glaub, wir hatten einen Little Bird. Egal. Deckung. Und weg hier. Ich find's schade, kann man niemanden mit nem Defi grillen. Weil, das hat, das wäre noch ein bisschen von Vorteil, wenn man hier mit nem Defi rumrennt. Kann man dann ab und zu den Gegnern damit eine reinhauen, wenn die, wenn ich grad einen beleben will und der durchrennt. Ich würd gern mal eine KDs sehen, aber ich bin so schlecht, dass da das nicht angezeigt wird. Lebe nicht weiter, passt schon. Au. Kriegt der auch eine Granate, Alter. Ja, ich renn noch voll rein. Ach, das war zu viel. Da ist ne Granate. Fick dich. Ja, da werde ich eh wieder belebt. So viele Medics wieder rumrennen. Außer der Typ hat gerade alles ausgeschaltet. So, wo bin ich denn? Wie schlecht bin ich? 3 zu 6. Ja. Äh, Mr. Swiss zu kommen. Meine Name und unter dem findet er mich wahrscheinlich auch mit Origin. Jetzt stirbt du Tomate. Buckmore. Ach, der ist ne Leiter. Liebste fürs Ballett-Revy. Fuuuuh. Ja, hat er uns... Bisschen flankiert. Ähm, alter. Gut. W-w-w-w-w. Wut, 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 wut. Wut, 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 wut. Wut, 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 wut. Ja. Ja. Pfuh. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt auch mal den Sniper und spawn bei dem Typ, der da im Arsch der Welt sitzt. Ähm, Sniper mit der... SKS und dann brauche ich aber was mit Wummel. Die da. Was ist denn S-Flau? Jetzt ist er abgekratzt, ne? Dann... Nehmen wir nicht den Sniper. Nehmen wir die Ska. Und die G-17. Und das Teil da. Spring nicht drüber. Echt jetzt? Hier rennt irgendwo einer. Das ist... Das ist mein Team. Da vorne recken sie schon wieder fröhlich. Ja. Lass mich mal durch. Ich will nie die Kamin blenden. Ich glaube, die Ska habe ich noch nichts. Ist nur dumm. Aber darum spiele ich die jetzt. Wenn ich ein bisschen was freischalten will. Was ballert ihr, Schnüsel? Ach, auf das ballert ihr. Ich habe es gesagt. Ich bin ein ziemlicher Noob. Und dazu stehe ich auch. Wo stehst denn du, Alter? Weil ich habe das Spiel jetzt noch nicht allzu lange. Ja, klar. Ich habe es jetzt etwa in der Woche. Knapp. Nicht mal. Oh, da. Tank. Tank, 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 Tank. Oh. Gegner, Gegner, Gegner. Ja, steh mir vor die Flinte. Jetzt wird aufgeräumt. Ach, nee. Ist gar... Das ist gar nicht der RPG. Dumme Backe. Ist das die G-17? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Granate! Platz da, Leute! Yeah, jetzt habe ich ein Visier. Nein, 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 nein. Fick dich. Gut, dann packe ich das Visier doch direkt drauf auf die Waffe. So. Und wieder raus. Reiches Visier. Die Gegner machen uns gerade ein wenig Platz. Ähm. Hätte ich dann doch besser mal die RPG mitgenommen, weil hier im Tunnel sind eher weniger Helikopter. Das Teil, was ich mitgenommen habe, ist gegen Helikopter. Fick dich, Alter. Scheiß SMG. Alter, die M5K. Scheiß Dreck. Was bist du eigentlich? Ein Versorgungstyp. Und wir nehmen jetzt die RPG mit. Gut. Ähm. Ja. Ich spiele jetzt einfach mal eine...